Was ist denn mit dem Hut eigentlich passiert? Habe ich schon gar nicht gemerkt. Egal, ich kann jetzt auf jeden Fall wieder rennen. Ich habe die Sensibilität des Gamepads einfach mal etwas nach oben gestellt. Ja, und das halt schon. Darf ich jetzt allerdings bei einem Hut irgendwie, ist die scheiße oder sowas. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache man steuern und zeigt immer noch die Informationen an, die wir wollen. Und dann schauen wir mal, wie sich hier die Story so entwickelt. Jetzt war es ja in Ordnung. Ich stehe einfach auf Story und deswegen. Und wenn ihr hier schon zu seht, dann macht es eigentlich auch nur Sinn, wenn ihr Story seht. Was ist hier denn los? Bisschen Nachbararbeitungsprobleme oder was? Da sind wir jetzt hier in einem Spiel voller Bugs. Hälter. Hallo! Da darf ich nicht immer hier runter. Oder auch nie. Oh! Also das ist... Ah! Da oben ist was zum Rummen. Hallo! Ich muss dazu auch was sehen. Da hoch. Auch. Macht am meisten Sinn erstmal. Also wenn das so weitergeht. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ähm, muss ich nochmal in die Optionen... Ähm, muss ich nochmal in die Optionen... Oh, hallo! Moment, das geht ja gar nicht, was kann man da machen, ja basic bestimmt nie, aber vielleicht irgendwas einstellen, dass wir das jetzt mal kurz aus und wieder an kriegen, macht eigentlich nicht irgendwie Sinn, hab's ja mal wieder eine Neuzialisierung, ah ja, so sieht das gut aus, so aber wir wollen eigentlich Antialias irgendwie aus, äh Antialias, ach ich werde das Wort nie begreifen, nie ausstellen, ja. Jetzt. Eigentlich keinen Sinn, dass das... Trotz scheint's zu gehen. Nee, es scheint doch nicht zu gehen. Hä? Ah, jetzt hat es, uch, hm. Ja, meine Schad muss halt ab. Puh. Sieht nicht so, es bräuchte ich das so zwingend. Wenn's denen hilft. Offensichtlich scheint er ja. Wenn's den nächsten Teil wieder mitgeht, dann schwimm ich halt wieder mit, das ist alles nicht das Thema. Hilft das? Ja, es hat es auch wieder vollständig. Gut. Halt ohne. Welche Sorgen hat man als PC-Spieler so geschaut? Hier, wie wär's, wenn man so eine Seite hochkrabbeln? Das macht eigentlich übelst Sinn. Oh, bitte. So mit Stress haben sie's hier ein bisschen. Ist aber cool. Zumindest nicht mehr so einen Kampfstress, jetzt haben sie halt mehr so einen Akrobatikstress. Beziehungsweise weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt so cool finde. Kann ja sein, dass ich das jetzt bei gewissen Timing nicht mehr so cool finde. Also wenn ich hier jetzt alles timen muss. Das werden wir dann sehen, ob wir auch später meckern in dem Spiel. Das finden wir's erstmal relativ cool. Wir kommen schon mit der Spiegel, das ist ja nett. So. Scheiß Bank. Scheiß. Scheiß, was du hier bist. Und ich... Das ist ja selber auf der anderen Seite. Kapiere ich nicht. Ja, wieso? Ich kann ja auch das hier hin. Och, wieder rennen können ist schön. So schau. pinscht auch wieder alles zusammen. Wenn sie jetzt noch die Leute zerteilen könnten, wär ich ganz, ja, helle begeistert. So, der klettert irgendwann selber, das bin ich noch nie gewohnt, ich bin noch gewohnt, dass ich ihm das sagen muss, hä, ich kann ja so rüberklettern, um nichts davon zu haben, macht nie so viel Sinn, nur. So, dazu schüttet, wenn ich doch da rüber muss, gut, kann man machen, ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich da rüber sein, ach so, nur ein Absatz, gut, kann alles so einfach sein, muss nur mal gucken. Eine Kiste. Sandcadets, toll. Muss trotzdem hier irgendwo hin. Absatz. Gucken hilft, merke ich. So. Ich hatte das Spiel zu viel Kritik bekommen und haben es in Deutschland zensiert, äh, indiziert, wie es so rübisch ist, also irgendwann wieder alles Blut rausgenommen. Ja, jetzt ist halt tot. Schön, große Räume, das rum vor allem auch zu leer. Ich bin mir in das Paläst und weit von meinem Enemie entgegennt, Wird schon... Das war nicht genug, der Prinz hat sich selbst über den Sands gezwungen gezwungen gezwungen. Obwohl er die Todesmacht hatte, hat er nicht völlig unbezüglich gezwungen. Wake up, Prinz. Wake up. Wake up! Ich bin mir dabei, wenn's dann hier. Die Wegbehandle ist vorbei, alsovasse eine weitere Leiter durch die Streitze. Bleibe schnell, anfängt dich auf. Was ist da? Und nochmal speichern. Wir speichern doch gerne nochmal. Das geht auch schön. Der Prinz alles kann inzwischen. Ja, der Prinz wird halt immer schöner. Ich kann doch nicht erst mal alles quatschen. Das ist ja nicht schön, dass der Spülensquatschen irgendwo kommt. Gut, gut. Gut, gut. Wir haben das tatsächlich wahrscheinlich. Das muss man definitiv korrigieren. Ich lade auch erst ab dem nächsten Teil. Also, dass wir hier die Finishing Moves den Körper nicht mehr zerteilen, das geht ja wohl gar nicht. Und das sah man ja schon in der Bewegung, dass das eigentlich so sein sollte. Also ab dem nächsten Video versuche ich das dann hinzubiegen. Die sind ja alle erwachsen. Die meisten zumindest. Und ja. Sowas wollen wir schon sehen. Das ist immer nämlich tragisch. Wegen hier kein Blut oder sowas. Das ist ja... Also... Ich muss aber streng bitten. Die darf man sich runterfallen lassen oder ist das giftige Brühe? Ja. Ja, gut. Die sind ja schon an. Das Blut hier raus zu kurz, ne? Ist das so schlimm. Als ob wir alle bekloppt werden. Was ist das Sinn für das? Weil wir... Also... Wasen und so... Also... Ach, ich rede nicht weiter. Muss ja nicht sein. Könnt mich aufregen sowas. Nur dieses... Brutalität extra für Deutschland rausgekürze. Huh. Ein Kursraum deutet immer auf... Größe Schwierigkeiten. Was ist denn dort los? Können wir da gleich mal zeigen. Was ist denn... Ungefähr. Ah, ok. Für mich nicht leichter, um nicht in Wannes zu sein. Guck mal hin. Guck mal hin. Grüß dich eigentlich. Ich habe mir jetzt vor... Im Ernst, wir halten sich bewegende Wände. Ist doch auch... Bisschen... Quatsch. Ist das hoch und runter? Runter wahrscheinlich. Ja. So... Hallo Doomflopmans. Ja. 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 Ich fand mich! Wann? Weil ich die Bühne nicht zu spätigen. Ich finde es gut. Es ist gut. Das kannst du zu. Oh, wie einfach der Ich hab mich tot schlagen können, das ist... Hallo! Könnt ihr mal aufhören, alles zu blocken? Hallo! Oh, hallo! Wie viele blockst du denn? Oh, hallo! Wie viele blockst du denn? Äh... Ja, sterbe doch einfach so... Ich meine, das weiß ich, aber... ...wenn die Fiecher mal tot kennen würden... ...was ja wie... immer nicht... ...was ja wie immer... ...stehen bleiben und alles blocken... ...ja... ...also ich find's schön, dass der... ...game over screen nicht so laut ist wie in der 2... ...their geht... ...was scheiße das! ...ist einfach so da stehen... ...und umschlagen können... ... Ganzt denn... ...das Geldgefeld ist tot... Was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil? Auch wenn ich sie schreien, werde ich schneller werden! Sie können sie nicht mehr schreien. Sie können sie nicht mehr schreien. Nun, jetzt gehen wir... Hallo! Störb! Mensch! Immer dieses Rumgeierre hier! Haben sie wieder ihre Lieblingsmonster erstellt, die wieder nicht tot gehen können? Achja, und das zweite Lieblings-Abbild, hallo? Viele Monster, die nicht tot gehen können. Was ist das? Was ist das? Ist das nicht permanent? Es ist, wenn du es willst. Ich nicht. Aber du werden. Ich bin 30. Ich bin 30. Ich bin 30. Ich bin 30. Wenn ich ganz was aufgelenbekommen will, bitte. Ich bin 30. Ich bin 30. Es ist 30. Ich bin 30. Ich bin 30. Ich bin 30. Ich bin 31. Danach. Ich bin 40. Ich bin 30. Dannach好了. Ah, so was ich hier dann? Was dann? Jump? Fiong? Okay. Spiderman. Wieso? Die wollen nicht mal alles blocken können. Das ist so nervig. Gegner sollen nicht blocken können. Das ist so nervig. Gegner sollen da stehen und sich totmachen lassen. Ja, was soll denn das? Weil denn alles halt so ist. Und dann müssen immer nochmal neu werden. Immer wieder. Die haben in drei Teilen nicht gelernt, dass es einfach langweilig ist, wenn immer wieder neue Horten mit Monster kommen, die alle genauso langweilig sind. Ich meine, es geht noch, aber wenn das so schön so anfängt, dann weißt du, wo das wieder endet. Was ist das passiert mit mir? Du hast durch die Sands der Zeit getötetet. Wie ich bin sicher, dass du das gesehen hast. Vielleicht ist es die Dagger. Vielleicht ist es all die Zeit du hast in den Sands. Oder in den Empressen. Either way, du hast es resistiert. Mostly. Mostly? Du hast einfach nur etwas ganz uniges. So ich denke, das Wort ist ziemlich appropriat. Ich denke, du hast ein Geschenk gegeben. Du bist stärker, schneller, schneller. Unglierer. Jetzt, jetzt. Das erklärt die Transformation. Aber wer bist du denn? Hast du nicht realisiert? Ich bin dein untapptes Potenzial. Dein unrealisierten Tränen. Ich bin Teil von dir. Du... Du bist in mir? Jawohl. Ich habe keine grosse Antwort. Ich sage aber nicht nur die store massage. Ich habe es nochmals mit einem Geld betalende. Die eigene Faktor Pilger ist immer alle happened. Also wie viele andere Sands Crystal leden. Es ist weg. Wasser scheint zu kämpfen. Warum hast du das von mir geholfen? Was? Und verletzen die Spaß? Na toll. Ich darf mal so halten, dass es nicht mehr so nötig so viele Monster zu mir zu bringen. Weil ich ja immerhin jetzt der schwache Prinz bin. Was? 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 Jedes kleine Mistvieh muss hier tausend Jahre dauern. Kann noch nie tot gehen. Was? Das ist ja auch immer noch nie tot. Das war wohl ein Sterbenschwerse. Kann der dann mal vorzuschlagen? Oh, er scheint langsam mal tot zu gehen. Hier hättest du bestimmt auch wieder zerteilt. Nur gucken, 27 Minuten, eine halbe Stunde und dann sehen wir bloot hoffentlich. Wahrscheinlich werde ich die halbe Stunde hier mit Creme verbrauchen, weil die Leute ja nicht tot gehen können. Das war's für heute. Ja klar. Hier und hier geht es auch lang. Sitzen aus, als würde es nicht so sehr lang gehen. Hier würde ich sagen. Ich kann wieder nicht sagen wo es wirklich lang geht. Aber ich glaube die Fallen waren offensichtlich also sollte es wohl hier nicht lang gehen. Aber man weiß es nicht. Das sagen sie auch nicht. Ja ich glaube hier bin ich richtig wenn ich falsch sein möchte. Oder so. Hilfe oder irgendein Quatsch wird es schon sein. What? Nein, trocken. Na ja, ja, Bonus-Helf halt, ne? Wir müssen uns ja mal hier in dem Teil mehr drum kümmern als im letzten. Wo wir so ziemlich alles übersehen haben, was es zu entdecken gab. Hallo, spring nicht runter. Bonus-Helf ist ja auch wichtig, wenn man einen Charakter hat, der ständig Hilfe verliert. Aber nur durch seine pure Existenz. Pascha! Ach, schwieg, dieses 2D-Gras immer lieber von früher. Das waren noch Zeiten. Die braucht man ja schon in Quad-Core, damit man normales Gras überhaupt nur sehen möchte. Ja, so schlimm ist es vielleicht nicht. Ich mag wieder etwas übertreiben. Was? Hm, macht mehr Sinn. Ach, so viele Fiecher, die man hätte besser töten können. Ich will Blut haben hier drin. Was? Ja. 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 Und die getimten Dinge. Zum Beispiel wieder bloß in der Hardware in die Designstellung. Was ist das? Geht's denn hier lang? Wieder so ein Quatsch. Was kommt gestern wieder weg genau? Ich hoffe es gibt nie wieder explodierende Hunde oder so ein Quatsch. Babilon. Aber so weit weg. Als Kind, Vater würde mir die Geschichte erzählen... Pay attention. Something ist passiert da unten. Das ist der Vizier. Er wurde komplett transformiert. Interessant. Er hat die Kraft der Sands benutzt, um seine Armee zu transformieren. Und diese Artefakte werden ihm über die Stadt mit Ease transportieren. Er scheint in vollem Kontrolle zu sein. Das erste Mal ist deine City die du hier ansprichst. Er hat diese Beine als Garten benutzt. Wir werden ihn durchführen. Da hinten nur ein Hintergrundbild. Das bildet immer nicht so viel ein auf deine Stadt. Aber hier ist offenig... Der Weg sind jetzt schon mal ein Auf originales Hauptgesetz. Er hat eine Anfluste. Er hat eine Anfläche ausg bathroom gehabt. Och, verschwinde, Kunde! Du interessierst mich grad überhaupt nicht. Wieso kann der eine... Super, Prinz, wirklich super. Ach, jetzt hab ich doch keinen Sand. Mist. Ja, gib mir aber bitte auch bloß 3 Sand irgendwas. Klar, dass ich mehr brauche. Ja. Ah, das Cadreal? Da. Hey, Hachim. Jetzt kriegt man vielleicht. Jetzt kriegt man vielleicht. Jetzt kriegt man auch kurze Zeit, wenn man blöd hat. Ja, das sind alle. Ja. 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 Ja, bitte. Hm, hab ich nicht gehört. Ja. 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 Ich muss das Blut anstellen, das ist so schlimm. Was will denn das ohne Blut sein? Das ist Reis ohne Blut. Also ein bisschen Blut ist ja da, aber ich meine das ist ja nie zu vergleichen. Und dann kürzen sie uns noch ne Musikweite zu brutal oder sowas? Und dann irgendwann startet Metal-Volksmusik. Das geht nicht. Wieder Quatsch. Erst wenn ich noch was töte da rüben auch gerne. Ich müsste eigentlich nicht dagegen. Machen wir hin, dreht schon. Ähm. Ja. 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 In der Hinsicht ist das auf jeden Fall schöner. Das ist ja später irgendwo ein Sandklimpen, wo man das hört, ja... Gehen vor, ganz schön? Ich glaube nicht. Naja. Hm? Komm wieder neu, oder? Was ist das wieder? Wieder so eine Stelle, wo du gar nicht willst, vorher zu kommen. Wo es überhaupt überhaupt um Logik geht, oder so. Es kommen einfach immer wieder neue Gegner. Wir dürfen gerne auf den Sack gehen wollen. Irgendwann können wir vielleicht auch böse sein. Oh nein. Ja, was soll denn die Scheiße? Jetzt kommen wir ja mal ein bisschen... Ja, was soll denn die Scheiße? Jetzt kommen wir ja mal ein bisschen... Ich weiß nicht, dass die Scheiße auf dem Weg sind. Echt? Der Schäupte muss uns auf den Weg geben. Das Schäupte muss uns auf den Weg geben. Hm... Na dann, breit wir mal los. Und so, once more the prince began the journey home. His mind of fire with visions of the justice he would visit upon the vizier. Be vigilant. Ich bin wohl auch tot gegangen. Der ist es aber nie. Den man vielleicht spulen kann. Ah ja, ja, weiss. Oh ja, da können wir auch, da können wir auch. Nein, da können wir auch los. Was ist jetzt hier? Ich muss da durch. Nein, nein. Ich muss da durch. Das ist mit rechts. Genau. Oh, Alter, jetzt kommt die so eine Scheiße. Das muss ich vorher wissen. Kannst du hier nie... ...zwei Sekunden vorher sagen, wohin ich mich drehen soll. Du hast gut gemacht, Prinz. Nun, ich bin sicher, dass es nicht umgekehrt war. Boah, Alter. Geh mir in den Sack mit deinen engen Gassen. Na, so geht's. Das ist so. Prinz weiß Bescheid. Hm. Hm. Die once bright and vibrant streets of Babylon now stood all but deserted. Its inhabitants either dead or fled. Those left behind suffered terribly. Captured, tortured, and transformed. But the Prince did not notice this. So focused was he on the Vizier. Hm. Ist doch doch nichts. Merkt nie irgendwas. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, gut. Ihr Opinion bedeutet ein sehr viel zu mir. Ist das wie du dankst, den Mann, der gerade gebrochen hat? Erst, du nicht gebrochen mein Leben. Ich habe. Ich bin froh. Du bist nicht ein Mann. Du bist nur ein Geist. Ein Geist. Und drittens. Ich habe nie gefragt, für deine Hilfe. Und ich habe sicherlich nicht gebraucht. Während ich liebe deinen Bravado, du würdest, du würdest, ein wenig Respekt. Und du würdest, du würdest, du würdest mich. Wir sind nicht alleine. So. Kann da sein, ein zweites selbst nicht so richtig leiden. Wieso springe ich hier zurück? Äh. Los jetzt. Umschauen hier. So. 49 Minuten. Hm. So. Dann machen wir mal hier Schloss. Und ich kümmere mich mal ums Blut. Alles klar. Dann. Bis zum nächsten Teil.